Hallo zusammen und herzlich willkommen zu meinem allerneuesten Video. Heute habe ich 5 healthy habits für euch. Was sind Habits? Gewohnheiten. Und oft fragt ihr mich immer Sophia, wie kann ich motiviert bleiben? Ich fühle mich so undiszipliniert und nicht willensstark genug. Und ich sage es euch, Gewohnheiten sind das A und O und nehmt euch die Motivation so ein bisschen ab. Ich mache viele Dinge, eben sowas wie Sport oder eben sowas Banales wie Zähneputzen machen wir einfach, weil es eine etablierte Routine ist. Und da habe ich heute 5 richtig gute Tipps, die euren Alltag noch ein bisschen verschönern. Ja und wir starten auch gleich mit meinem ersten healthy habit, direkt am Morgen nach dem Aufstehen im Badezimmer und zwar Skincare. Stichpunkt Lichtschutzfaktor. Und Lichtschutzfaktor auftragen ist für mich deswegen ein healthy habit, weil ich gemerkt habe, wie viel besser meine Haut dadurch geworden ist. Ich hatte früher auch sehr viel mit Pigmentflecken zu tun, also Hyperpigmentierung der Haut, weil sie durch die UV-Strahlen nicht geschützt ist. Und am allerliebsten verwende ich da meinen eigenen Stick wegen der Pflegewirkung. Dieser hat 15er Lichtschutzfaktor, aber jetzt im Sommer bei direkter Sonneneinstrahlung oder wenn ihr vielleicht sogar Urlaub seid in südlichen Ländern, dann würde ich einen 30er oder 50er Lichtschutzfaktor zusätzlich noch dazu auftragen. Manche Make-ups enthalten sogar Lichtschutzfaktor, aber spart da wirklich nicht dran. Das ist wirklich sehr, sehr wichtig, damit eure Haut auch geschützt ist. Der Lichtschutzfaktor sagt, wie lange quasi ihr in der Sonne bleiben könnt. Wenn ihr einen niedrigeren Lichtschutzfaktor im Produkt enthalten habt, dann müsst ihr den quasi einfach öfter auftragen. Und es heißt nicht quasi, wie viel ihr automatisch unbegrenzte Zeit lang geschützt seid. Also Lichtschutzfaktor und Skincare ist bei mir einfach ein A und O. Nach dem Aufstehen auf die gereinigte Haut auftragen und ready to go. Mein zweiter Healthy Habit ist meine Schlafhygiene. Die Qualität des Schlafs ist essentiell und beeinflusst einfach so viele Bereiche in eurem Leben. Wenn ihr ausgeschlafener seid, habt ihr einfach mehr Energie. Ihr habt vielleicht auch weniger Heißhungerattacken und Cravings auf irgendwas, weil der Körper ja auch da ein Zeichen gibt, dass er einfach unausgeschlafen ist und mehr Energie dann vielleicht durch Nahrung braucht. Also ihr ernährt euch ausgeglichener. Ihr habt mehr Kraft für Sport und ganz, ganz vieles mehr. Schlafhygiene bedeutet für mich, wenn es möglich ist, nach 20 Uhr einfach mit der Arbeit aufzuhören. Dann auch ab einem gewissen Punkt dann auch das Handy beiseite zu legen. Zwei Stunden ungefähr vor dem Zu-Bett-Gehen keine schweren Mahlzeiten mehr essen oder extrem Sport zu treiben, weil es auch nochmal Stress und Arbeit für den Körper ist und ihn auch nochmal wieder wach macht. Und wir wollen ja am Abend langsam runterkommen. Achtet auch auf eine angenehme Schlaftemperatur. Lüftet auch regelmäßig. Dann achtet auch dabei, dass es auch komplett dunkel ist oder dunkel wie möglich. Denn auch hier das Tageslicht variiert ja auch im Winter und im Sommer und kann auch so euren Schlafrhythmus beeinflussen. Ihr müsst natürlich auch schauen, welche Zeiten für euch am besten passen. Ich habe für mich erkannt, dass ich ungefähr siebeneinhalb Stunden Schlaf brauche und dafür stelle ich mir am Abend meistens schon gerne zwei Wecker. Ein Wecker, wo dann wirklich ich mich fürs Bett ready machen möchte, Handy weg und ich mich dann auch langsam hier Zähne putze, Skincare-Routine und ab dem zweiten Wecker möchte dann auch wirklich im Bett liegen. Schaut auch hier nicht mehr lange ins Handy rein, weil das Handy hält euch auch nochmal wegen dem Blaulicht zusätzlich wach. Ich hatte auch Phasen, ich habe die Zeit vergessen und dann wirklich zwei, drei Uhr morgens erst zu schlafen gegangen bin und mein Schlaf war wirklich richtig ruiniert. Das wünsche ich mir nicht für euch. Deswegen setzt euch da wirklich so kleine Regeln, macht euch da wirklich ein Abendritual draus und achtet wirklich auf eure Schlafhygiene. Dann kommen wir auch schon zu meinem dritten Healthy Habit und wir wissen alle, dass ausreichend Flüssigkeit, eine gesunde Ernährung einfach für die Versorgung des Körpers unglaublich wichtig ist. Und manchmal ist mehr eine Wunschvorstellung, dass man am Tag seine fünf Portionen an Obst und Gemüse immer essen kann und ich tue mir da auch teilweise sehr, sehr schwer und deswegen unterstütze ich da auch meine Nährstoffversorgung und zwar mit AG1, Athletic Greens. Ich habe das für mich entdeckt und bei meinem Video von meiner realistischen Morgenroutine haben mich so viele gefragt, was ich da am Morgen trinke. Ich kombiniere quasi mein Zitronenwasser am Morgen mit diesen Greens, die einfach eine Zitrone auspressen, in frisches Wasser geben. Da gebe ich dann einen Scoop von AG1 hinzu und vermixt das Ganze. Das schmeckt mir wirklich wahnsinnig gut und es unterstützt meine Vitamine und Nährstoffversorgung am Morgen. Es gibt mir einfach Kraft von innen heraus. So kann ich sicher gehen, dass mein Körper auch mit genügend Nährstoffen über den Tag hinweg versorgt ist. Wenn ich es auch on the go einfach schnell trinken möchte, packe ich mir das in den Shaker, schüttel es mir an und nehme es mir dann für unterwegs mit. Es hat 75 hochwertige Inhaltsstoffe, Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals, Bakterienkulturen und diese ganzen Mikronährstoffe haben auch nochmal eine hohe Bio-Verfügbarkeit. Das heißt, sie werden besonders gut vom Körper auch nochmal aufgenommen. Ich fühle mich einfach wacher und aktiver am Tag. Es ist auch sehr, sehr gut fürs Immunsystem, denn da ist nämlich Kupfer drin, Folat, Selen, Zink, Vitamin A, B12, B6, C und Inhaltsstoffe wie Kupfer, Biotin, Niacin, Thiamin und Vitamine wie B2, B12, B6 und C tragen auch zusätzlich nochmal zu einem normalen Energiestoffwechsel bei. Mir schmeckt das wahnsinnig gut. Ich habe schon sehr, sehr viele Greens ausprobiert und ich finde Athletic Greens schmeckt wirklich sehr, sehr angenehm. Das könnt ihr eben einmal mit dem Zitronenwasser kombinieren. Ihr könnt es aber auch pur trinken, mache ich auch sehr gerne oder mit Kokoswasser verfeinern, auch sehr lecker. Und an dieser Stelle habe ich auch ein richtig cooles Angebot für euch, wenn ihr diesen Healthy Habit auch für euch übernehmen wollt, euch was Gutes tun wollt und zwar bekommt ihr bei Abschluss einer monatlichen Mitgliedschaft einen Jahresvorrat kostenlos mit dazu an Vitamin D3 und K2 plus die praktischen Travel Packs für unterwegs, die schmeiße ich einfach in meine Handtasche und kann es auch on the go trinken. Ihr habt eine 90-Tage-Geld-Zurück-Garantie und ihr könnt das Ganze auch jederzeit kündigen. Alle weiteren Infos dazu findet ihr einmal unten in der Infobox. Dann kommen wir zu meinem nächsten vierten Healthy Habit und zwar zu einer sehr, sehr guten Achtsamkeitsübung. Ihr kennt es ja, man ist vom Alltag einfach manchmal so gestresst, wo man einfach ein SOS-Entspannungsbutton braucht, um wieder ins Hier und Jetzt zu kommen. Und da habe ich die 5-4-3-2-1-Methode für euch, die ihr jetzt auch sofort, wenn ihr gerade Zeit habt, mitmachen könnt. Also sucht euch am besten einen ruhigen, bequemen Ort, wo ihr ungestört seid und setzt euch mal kurz hin. Könnt euch auch hinlegen. Das Ziel ist es, dass wir wieder ins Hier und Jetzt in den Körper reinkommen. Und als allererstes konzentrieren wir uns auf 5 Dinge, die wir sehen können. Was siehst du um dich herum? Vielleicht hast du einen Gegenstand vor dir. Vielleicht siehst du irgendwo was Grünes, einen Baum, eine Pflanze. 5 Dinge in deinem Blickfeld. Muss nichts Besonderes sein. Wenn du die 5 Dinge gefunden hast, suchen wir jetzt nach 4 Dingen, die du fühlen kannst im hier und jetzt. Was fühlst du? Du spürst den Stuhl, auf dem du sitzt, oder den Hocker. Die Kleidung, die du anhast. Vielleicht spürst du den Wind auf deiner Haut. Du spürst vielleicht die Schuhe, die du anhast. Geschlossen oder offen. Vielleicht zwickt und zwackt es auch irgendwo gerade, aber ist gar nicht schlimm. Richtig ins Fühlen reinkommen. Als nächstes konzentrieren wir uns auf 3 Geräusche um dich herum. 3 Dinge, die du hören kannst. Vielleicht hörst du von irgendwo gerade Musik. Ein Flugzeug, das vorbeifliegt. Menschen, die reden. 3 Geräusche. Als nächstes identifiziere 2 Düfte. Was riechst du? Riecht es vielleicht angenehm? Oder vielleicht auch nicht? Zwei verschiedene Gerüche. Ist es vielleicht ein Waschmittel? Ist es vielleicht ein Blumenstrauß? Und zuletzt brauchen wir noch einen Geschmack. Was schmeckst du gerade? Hast du vielleicht gerade noch einen Kaffee getrunken? Vielleicht schmeckst du nur noch das Mittagessen? So hast du jetzt all deine Sinne aktiviert. Und je ruhiger und angenehmer du das machen kannst, desto besser. Und dann atme ich mir am Ende nochmal tief ein und aus durch die Nase ein. Und durch den Mund aus. Mir hilft die Technik einfach sehr, sehr gut, um einfach zwischendrin mal abzuschalten. Oder auch, um besser einzuschlafen. Und dann kommen wir auch schon zu meinem letzten und fünften Healthy Habit. Und zwar Active Recovery. Das habe ich tatsächlich erst für mich entdecken müssen. Denn ganz früher war es bei mir so, dass ich wenig Regeneration mir erlaubt habe. Ich habe immer versucht, Vollgas zu geben im Sport, in der Arbeit. Und einfach wollte ich immer funktionieren. Doch Regeneration ist einfach enorm wichtig, dass man langfristig auch funktionsfähig bleibt. Aber auch für die sportlichen Leistungen. Stichwort Muskelaufbau. Der Muskel wächst nicht während dem Training, sondern während der Regeneration. Während er sich reparieren kann. Es fiel mir wirklich super schwer, mich einfach hinzulegen oder den ganzen Tag einfach still zu sitzen. Manchmal habe ich es einfach nicht gefühlt. Aber auch wenn man das machen möchte, sich hinsetzen möchte oder hinlegen und einfach gar nichts tun möchte, ist es auch vollkommen fein. Aber wenn ihr dann euch auch so ein bisschen kribbelig fühlt und trotzdem euch was Gutes tun möchte, kann ich Active Recovery wirklich sehr, sehr empfehlen. Ich mache das dann meistens am Laptop und da habe ich dann eine gute Kombination von Yoga- und Stretching-Bewegungen, Elementen mit drin, die mir einfach wahnsinnig gut tun, die mich auch nochmal in meinen Körper reinbringen. So wie diese 5-4-3-2-1-Achtsamkeitsübung. Und das ist einfach ein Healthy Habit für mich geworden, dass ich nicht immer nur die Anstrengungen habe, sondern eben auch die Entspannung und mir was Gutes tun kann und einfach diesen Ausgleich auch habe. Und diese ganzen 5 Elemente spielen einfach super aufeinander ein und kann ich euch einfach von Herzen empfehlen. Und wenn ich dazu mein separates YouTube-Video mit einem Active Recovery Workout mit euch zusammen machen soll, dann zeigt mir das gerne mit einem Like und schreibt es unten in die Kommentare rein. Ja und das waren meine 5 Healthy Habits für euch. Wenn ihr jetzt auch nochmal positive Gewohnheiten habt, die euch den Alltag einfach erleichtern, dann schreibt es jetzt unbedingt unten in die Kommentare rein, damit wir sie mit der ganzen Community teilen können. Wenn es euch gefallen hat, gebt gerne einen Daumen nach oben und ihr könnt kostenlos diesen Kanal abonnieren. Und dann seid ihr auch hoffentlich nächste Woche wieder mit dabei. Tschüss!